Sein Partner, Major Bibi Fellner, dargestellt von Adele Neuhauser, steht ihm in dieser schweren Zeit zur Seite, trotz der Verwirrung und Entfremdung, die sich zwischen ihnen auftut. Ihr Zusammenspiel, getragen von gegenseitigem Vertrauen und tiefer Verbundenheit, bildet das emotionale Herzstück des Films. Die Regiearbeit von Mückstein verdient besondere Anerkennung für ihre Fähigkeit, die nächtliche Wiener Szenerie in eine fast noirhaft anmutende Kulisse zu verwandeln, die perfekt zur Stimmung der Erzählung passt. Michael Schindeggers Kameraarbeit unterstützt diese Atmosphäre mit Bildern, die zwischen intimer Nähe und beunruhigender Entfremdung oszillieren und schafft so eine visuelle Ebene, die den Zuschauer tief in die Geschichte hineinzieht. Die Musik von Kavan Maruf und die sorgfältige Tonarbeit von Teda Schifferdecker ergänzen die bildliche Erzählung um eine akustische Dimension, die die Spannung unterstreicht und emotional berührt.